Es geht nicht nur darum zu sagen, dass man für oder gegen Europa ist, sondern es geht darum, wie wir Frieden und Freiheit sichern, wie wir Sicherheit schaffen und Wohlstand für jedermann möglich machen. Darum geht es bei dieser Europawahl. Und dafür wollen wir gemeinsam kämpfen. Euch alles Gute und Gottes Segen. Dankeschön.